guten morgen auf fehmarn der wetter ist heute noch bescheidener als gestern deshalb eine von den geplanten touren mache ich heute nicht hat mir aber gestern ganz gut gefallen hier so planlos durch die gegend zu fahren der einzige plan ist nach burg zu fahren da ist ein bisschen städtischer eventuell ein bisschen shoppen gehen da keine ahnung und fischbrötchen essen wenn ihr lust habt bleibt ihr dran kommt mit da sind schon tolle wolkenformationen da vor mir naja strahlender sonnenschein wäre einem land schon doch lieber aber man muss nehmen was man kriegt ja von wallenau aus geht es dann erstmal wieder richtung petersdorf und da werde ich dann mal schauen wohin ich als nächstes fahr damit ich so grobe richtung durchkommen ok die radwege hier auf fehmarn sind halt immer direkt neben der straße gebaut kannst du zwar gut fahren aber wenn du ruhe haben willst musst du an eine küste aber da sind dann natürlich auch wieder alle unterwegs wie gerade schon gesagt man muss nehmen was kommt der burg verlasse ich jetzt gerade aber nicht auf dem weg den ich gekommen bin ich habe beschlossen ich fahre über puttgarden nach hause zum campingplatz zurück und dann werde ich nachher noch mal denke ich mal mit dem auto noch mal nach burg fahren weil ich muss noch ein bisschen einkaufen hatte am samstag nur als ich angekommen bin nur das wichtigste so eingekauft mal gucken ich will heute mal eventuell mal pizza ausprobieren auf dem gasgrill habe ich noch nie gemacht hab dann pizzastein dabei bekommen ja deswegen muss ich gleich noch ein bisschen einkaufen aber erst mal richtung puttgarden da zum bordershop wollte ich jetzt nicht beziehungsweise da ist auch blöd da darfst du mit dem fahrrad nicht hin und musst schieben dann bin ich da drum herum gefahren da wollte ich gerade die kamera rausholen also da ließen dann direkt ne dann paar die kinnfinkel aber ich dachte komm da holst du bis da die kamera rausholen was sieht doof aus ja dann das erste stück jetzt vom krückgang weg hier der hat sich direkt an der küste katastrophe da ist es sich gerade zu 100 prozent auf den radweg konzentriert aber hier ist jetzt wieder ganz okay hier kannst du wieder gut fahren ich denke von hier aus fahre ich dann jetzt an der küste wieder zurück zum campingplatz bin dann zwar relativ früh wieder am platz zurück aber wieder nachher noch mal weg dann passt das schon ist hier der campingplatz am neobe sind auch gerade am neobe denkmal vorbei aber da ist ja richtig was los gewesen heute oder jetzt gerade das ist der ostseestöpsel wenn ihr den zieht dann läuft die ostsee leer jetzt bin ich gerade die ganze zeit durch schafherden gefahren jetzt habe ich ein beschissenes fahrrad gut dass ich schutzfläche habe jetzt bin ich schon am campingplatz wieder zurück drehe jetzt aber hier noch eine halbe runde rum ich habe keine lust mit dem fahrrad hier die treppe runter da fahre ich noch ein stückchen weiter darauf kommt es jetzt nicht an na möwe wem hast du denn das brötchen geklaut so jetzt bin ich endgültig am campingplatz bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen dann sage ich tschüss bis zum nächsten mal dann sage ich tschüss bis zum nächsten mal da 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 Vielen Dank.